Zu dritt. Okay, macht mal bitte. Und du filmst das. Dann filmen wir alle hin. Ihr müsst doch mit der Hand auf den Tisch schlagen, Leute. Warte, ich muss das ja auch mal klippen. Boah! Das heutige Video ist etwas ganz Besonderes und heute spielen wir unter anderem mit Kaya Jana, jemanden, den ich aus meiner Kindheit kenne, von Was guckst du als Stand-Up-Comedian und heute zockt man einfach zusammen, wie cool ist das? Nice! Und Max ist dabei, der einfach mal tausende von Rollen schon synchronisiert hat, unter anderem Eren Jäger, Ron von Harry Potter. Deswegen ein Riesen-Dank an dich, Gnu, dass du mich einfach spontan eingeladen hast. Gnu ist natürlich auch am Start. Alle Leute sind verlinkt unter der Videobeschreibung. Und es gibt eine kleine positive Veränderung, liebe Freunde. Und zwar habe ich endlich mal ein Timetable gemacht. Jetzt könnt ihr sehen, wann ich auf Live-Twitch bin. Ohne lang zu fackeln, let's go. Nachdem ihr ein Like da gelassen habt. Ah, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Was ist mit Gnu die ganze Zeit? Thomas regt sich auf, dass ihr mit Gnu nervt. Zockt ihr gerade oder was? Ich kann ja mal rein-sneaken. Grüß dich! Einen wunderschönen guten Tag. Sag mal, was spielen wir? Was? Fasmo-Phobia, Mann. Wann gibt's denn da Quotes? Ach, wieder Fasmo. Also Fasmo kann man mit so 10 Leuten spielen. So, ja, ich starte einfach mal Fasmo und lasse mich einfach mal einladen. Eine kleine Runde. Hallo, Julien. Hi! Ich kenne Bullion Jam, aber nicht Julien Bam. Hey, hallo. Das ist wahrscheinlich so ein Imposter von ihm, oder? Ja, genau. Hey, hi, grüßt. Moin. Wie geht's euch? Oh mein Gott, gut in dir. Das wird so verrückt heute. Oh, warum? Ach, einfach nur so. Ich hab das Gefühl, es wird heute verrückt. Wir müssen eigentlich uns alle noch kurz stummen, nur, Ju, du hast ja Fasmo schon mal gespielt. Ich hab dir den Code, der steht hier drin. Ey, ich hab leider alles wieder vergessen, an wie das geht, ne, aber wir halten dich. Lass es dir von Kaya erklären. Okay, das wird eine ganz safe Nummer. Okay. Ihr seid ja mega hohes Level schon. Der Teddy-Dude. Ja. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mann. Du, das war ja super spontan. Das find ich ja cool. Ja, ne, ich bin, ich dachte so, hey, ne, ich will ein bisschen spontaner sein. Da bin ich. Ja, ist ja gut. Der wackeste Spieler. Derjenige, der direkt am Anfang umgebracht wird. Nein, ich pass auf die Frage. Äh, ja, so wie letztendlich. Hals ist, ja, egal. Ich hab in der Zwischenzeit saftigen Teddy und Julian gegoogelt. Und? Holy Moly. Der eine ist ein Syntronsprecher, der andere ist der größte YouTuber Deutschlands. Kann das sein? War mal, war mal so. Immer noch. War mal so? Nee, nicht mehr. Immer noch. Natürlich kenne ich dein Zeug, Julian, meine Güte. Du hast YouTube Deutschland so bereit. reichert. Weißt du das eigentlich? Ach nee, komm, Komplimente. Ich wollte doch eh schon, ich wollte doch eh schon mal. Aber mich hast du gegoogelt. Dich musste ich googeln, ja, sorry. Aber ist auch krass, du bist die Stimme von, von Harry Potter, nee, von, äh, hier, Ron. Dem Mädel. Nein, von, na? Ron. Weasley. Ron Weasley. Ja, doch. Mit dem Mädel. Ja. Also. Von Hermione. Hermione ist, naja, also, Ron Weasley, der andere mit dem Mädel, also der auch um ein Mädel kämpft, ist der von Twilight. Okay, Leute, ihr müsst vielleicht, also wir brauchen noch drei Kopfkameras, wir brauchen noch alles, also gern mal hinzufügen. Ja, ich hab eh kein Geld, ne? Kopfkamera ist da, was brauchen wir noch? Ich kauf einen. Ich würd eh gern sparen, ey, was brauchen wir noch? Oh, man hört sich auch so laut. Sorry. So, dafür gibt's gleich mal Prison Profi, Mann. Alle mal ready drücken. So, ich bin ready, aber weiß ich nicht, bin ich ready? Warte mal, wir haben nur zwei von vier Kopfkameras, Leute. Ja, wir sind Pros. Okay, los geht's. Wahoo. Let's go. Alter, die schnell haben alle geladen. Also, Leute, ich sag euch mal ganz kurz was, ja? Ich wollte mal Folgendes sagen. Unser Geist heißt Joseph Jackson, JJ, können wir ihn auch nennen, und er ist definitiv nicht schüchtern, JJ ist nicht schüchtern, und er hat ziemlich Bock auf Dreck im Waschbecken und Räucherstäbchen, alter Kiffer. Im Ernst, lest ihr dieses Zeug durch? Ich geh einfach rein und mach... Und auf Vertrauen des Anderes anlesen lassen, das mach ich auch. Ich nehm einfach meine Railgun. Ich würd mal ne Lampe mitnehmen. Ich nehm mal noch ne UV-Lampe mit. Habt ihr schon mal Prison Profi gespielt? Ihr müsst immer den Namen des Geistes sagen. Also, Joseph Jackson, die ganze Zeit. Joseph Jackson, Joseph Jackson. Nein, Drew, nein. Ihr habt schon alles mitgenommen, kann das sein? Ich habe das Wichtigste mitgenommen. Ich hab Geisterbox und EMF. Hast du? So, ich hab nur unwichtige Sachen dabei, das heißt, ich halt mich an einen von euch. Ich habe das Feuerzeug. Falls jemand ne Raucherpause braucht, ich hab das Feuerzeug. Sehr gut, okay. Bleiben wir uns am, oder trennen wir uns? Na, ich würd sagen, wir machen Zweierteams, oder? Ja, dann bräuchte er, aber... Wer hat den Thermometer von euch genommen? Hast du einen Thermometer? Ich hab keinen Thermometer, ich hab UV-Taschenlampe und Lampe. Ich bin nicht einer, der über meine Witzel anst. Es ist völlig okay. Haben wir kein Thermometer, Leute? Ich hab eins in der Hand, oder? Nee, wir haben... Ein Thermometer ist da. Oh Gott, das wird so eine Katastrophe. Also, da müssen wir fast zusammenbleiben. Kann mal jemand noch die Fingerabdrückchen mitnehmen hier? Hab ich. Wir haben nur einen Thermometer, haben wir. Also, ich hab Fingerabdrücke und ich hab Can. Ich hab Geisterbox und Thermometer. Ich hab Feuerzeug. Okay, dann hau ich Geisterbox weg und nehm noch ein Kruzifiz. Nee, du kannst die haben, ich kann die weglegen, die Geisterbox, komm. Nein, nein, Kaja, du kannst die ruhig... Nein, 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 nein. Jetzt will ich nicht mehr. Ey, bei so viel Diskussion brauch ich, glaube ich, Portion Sanity-Pillen einmal. Ich weiß, warum du erst Level 5 bist. Wir kommen einfach... Ich komm, ich... Wir bleiben einfach hier. Ich brauch das... Ich brauch das Kuss. Lass mich allein. Hat jemand die UV-Lampe? Soll ich eine mitnehmen? Ich hab ne UV-Lampe, Kaja. Kannst... Ich hab... Okay. Dann nämlich... Videokamera... Haben wir Videokameras dabei? Oder soll ich eine... Ich glaube, ich hab nicht das Richtige dabei. Ihr habt schon alle in Prison gespielt, oder wie? Ja, haben wir letztens gemacht. War großartig. Das ist richtig ähnend. Stimmt, da warst du ja dabei. Ja, da war ich quasi tot. Äh, ähm... Wie kann ich nochmal zu allen Leuten sprechen? Scheißbugs. Oh, gedrückt halten dann? B wie Busen. Ja, und zwar gedrückt halten. Wie man es mit Brüsten eigentlich auch macht. Hallo, Test, Test, Soundcheck. Hört ihr mich? Was war mit Brüsten gerade? Brüste drückt man auch durchgehend, hab ich gesagt. Wie Walkie Talkie drückst du auch auf B. Das heißt Talkie Walkie. Talkie Walkie. Okay, Leute, Party. Party. Janet Jackson, wo bist du? Janet... Die hieß doch Joseph. Oder die, oder der. Sorry. Oder das. Janet. Janet Jackson. Jetzt hab ich den Namen komplett vergessen. Jave hieß sie, ne? Nein, nichts sagen, nichts sagen, Ju. Nichts sagen, nichts sagen. Kannst du ruhig sagen, alles gut. Das ist nicht schlimm. Aber wir sind doch Profis. Profi gibt's keinen, ne? Nee, kann der Welpen schon sein. Ja, unser Welpen schon zwar zeitlich gesehen. Der Welpe stirbt zuerst. Ich bin der Welpe. Also ich finde, dass wir schon Profis sind. Wollen wir erstmal hochgucken ins Büro? Oh, ich liebe das. Mach das noch mal, komm. Oh, krass. Das ist toll. Da hab ich so viele Frauen mit rumgekriegt. Das kann ich dir sagen. Das glaub ich. Ich hab zehn andere nebenbei, aber... Ey, wie macht man das? Das ist ja... Problem ist, ich kann aber auch nichts anderes. Jetzt erklär mal, wie wir das machen. Oh, ich weiß nicht. Ich schieße einfach die Luft, bei mir ist es links, raus. Ich mach so wie den Mund geschlossen, wie so ein Bauchredner. Und dann kommt auf der linken Seite so Luft rausgepressen. Und dann summe ich eine Melodie. Oh, ich glaub ich kann's. Ich glaub ich kann's. Ey, ich würde jetzt auch an der Stelle aufhören. Ich hab wieder was gelernt für heute. Reicht. Ja, genau. Er macht jetzt morgen Upload und macht fünf Millionen Views. Also meistens sind die ja sowieso bei den Gefängniszellen, oder? Also wenn ich die... Ne, manchmal sind die auch hier oben im Büro des Chefs. Ja, ich hab... Ja, genau. Gnu, sprichst du mit uns? Wie hat ihr redet? Gnu. Mit dem Geist. Achso, stimmt. Achso, stimmt. Hat eigentlich irgendwer von uns irgendwas, womit man was entdecken kann? Ah ja, ja, perfekt. Wir haben... Wo ist Gnu denn überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Wir haben sie verloren. Wir haben sie verloren. Wir sind Profis. Wer ist das vor mir? Bist du das, äh, Julian oder bist du das Max vor mir jetzt? Ne, das ist Julian. Ich, der, 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 das bin ich hier. Der die Squats macht gerade. Aber... Ja, hier. Also hier, guck. Diesen Avatar hab ich noch nie gesehen, oder? Der neu. Ja, der, der ist neu. Du siehst aus wie Max Felder. Ja, das war auch, äh, mein Ziel. Gehen wir zu den Zellen, oder was? Auch Joseph, Janet, wo bist du? Ne, da ist ja keine Zelle. Das ist nur eine Zelle. Ich glaub, die ist, ähm, 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 die... Geh du mal mit dem Thermometer vor, genau. Ist gut. Geh mal in den Raum vom Direktor. Wo ist denn der? Äh, geradeaus rechts. Joseph Jackson. Da kommen wir her, ne? Ne, da waren wir doch noch nicht drin. Okay. Habt ihr gerade was runtergeschmissen? Ja, das war Kaya. Achso, echt? Du hast gerade was fallen lassen? Ich hab keinen fahren lassen. Hast du was... Ob du was fahren lassen hast? Ob du was fallen lassen hast? Nein. Weil dann muss ich das nicht einfach sein. Falls wir die Sicherung mal brauchen, die ist hier. Aber hier ist 80 Aachen. Gib uns ein Zeichen. Joseph Jackson. Hallo? Fass mein Bein an, Joseph. Fass mein Bein an? Oh, das mach ich doch gern. Gott, unsere Sanity ist bestimmt schon am Arsch. Ich glaub, unsere Sanity hat einen Minusgrad erreicht. Immerhin etwas, was den Minus... Ne, hier war ich schon, hier ist nix. Hier drin! So, da kann man... Ich mutiere gleich drauf ein. Ne, hier waren wir nicht. Sagen wir mal, stimmt, hier waren wir dann nicht. Heftig, mutiere, heftig. Aber ich hab doch mal den Geist irgendwas schmeißen hören. Hallo? Ja, ich hab nicht... Hier ist 16 Grad, hier ist nix. Gib uns ein Zeichen. Ja, Handschellen sind super. Ja, für... So. Gib uns ein Zeichen. Sag es, komm. Aber das ist wirklich das Fiese an diesen großen Maps, ne? Dass du bis zu den Geist geboten hast, hast du schon Sanity null. Ja. Das ist hier das nicht für die Falle. Genau das wollen wir. Denn unsere Community sind sadistisch. Wir spielen auch ohne Sanity-Pillen, oder? Was? Dann nehm ich die vier, die im Truck sind. Ich würd sagen, die hab ich schon genommen. Wie kommen wir denn jetzt hier runter? Gar nicht. Muss springen. Alles wieder zurücklaufen? Ja. Ja, ich glaub, wenn wir nicht, also... Aber zum Glück kann man ja schnell laufen. Wenn wir Pech haben, ist er in nem großen Raum mit Block A oder B. Dann wird's richtig glücklich. Okay. Okay. Ich glaub, er ist echt... Ich glaub, er ist echt... Ich find's super, dass nur ein... Oh, 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 oh. Sag mal, sag mal ruhig. Ja, aber der ist doch nicht bei uns in der Nähe, oder? Oh, doch. Oh der ist hier. Der steppt. Echt? Der steppt hier irgendwo. Ja, ja, ja. Ich hab ihn grad auch gehört. Ich, ich hör ihn steppen. Ich glaub es sind wir einfach. Der ist auf jeden Fall auf unserer Ebene. Ist er. Ach stimmt. Boah, diese ganzen Schatten-Grafikfehler machen mir so viel Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab Angst. Es flackert, es flackert. Das ist doch nicht gut, oder? Es flackert schon die ganze Zeit. Echt jetzt? Das heißt er hantet, aber wir gucken ob wir anhand seiner Fußspuren irgendwie... Angst? Fußspuren? Wo? Gibt's? Er anhand seiner Fußschritte hören. Oh, der ist hier irgendwie ganz ganz nah. Äh, der ist hier so richtig nah. Wo ist denn der Schmuck? Oh ja, er ist hier irgendwo. Der ist hier richtig nah. Der ist hier richtig nah. Ja, ja, der muss hier irgendwo sein. Ich dachte schon, ich gäbe jetzt Fußspuren. Da ist doch auch irgendwas hingedroppt. Geht mal kurz hier in den Raum mit der Gefriertemperatur. Mein EMF-Reader bringt gar nichts. Aber ich hab... Ne, der wird noch wichtig. Mein Zeug bringt irgendwie alles nichts. Gib uns ein Zeichen. Oh, da war gerade eine Tür. Wart ihr das? Ne, weiß ich nicht. Hat gerade einer von euch die Tür zugemacht? Ne, weiß ich nicht. Hab keine Tür aufgemacht. Ich hab eine Tür aufgemacht. Das war ich. Ach so. Okay. Da war ein Stück Seife und ich, äh... Du weißt, ich bin... Bist du aufm Klo gestorben? Das ist mir mal passiert. Ich bin auch da. Aber überall Handschellen. Ey, ich... Wo sind wir hier? Ist das ein... Ist das ein... Lass es zu, Kaya. Lass es zu. Nicht hinterfragen. Ja, man kann die Handschellen auch nehmen. Wie geil ist das denn? Genieß es. Ich bin bereit. Warte, ich leg's dir an. Genieß es einfach. Es wird wunderschön. Mit dem Geist. Ja klar. Gib uns ein Zeichen. Janet Jackson. Janet Jackson. Ja, lass uns mal drunter gehen. Vielleicht war er auch unter uns, gell? Kann auch sein. Janet, wo bist du? Wie alt bist du? Oh 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 ist doch. Hier unten. Keine Altersangabe. Sechs Grad. 6,5 Grad, 5 Grad. Okay, okay. Jetzt springt er wieder auf 18. Ich glaube, der ist entgangen, kann das sein? 4 Grad? Nee, jetzt habe ich... Oh, hier flackert's, hier flackert das Licht. Hunted, der jetzt... Ach du Scheiße. Oh, das ist weg, weg, nicht zu, 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 zu. Komm rein, komm rein. Oh mein Gott, komm rein, komm rein. Oh, der steppt hier richtig nah. Oh, leck mich am Arsch. Macht eure Taschenlampe aus, oder? Ja, Taschenlampe aus. Ja, ja, weg von der Tür, weg von der Tür, weg von der Tür. Kommt durch, halt nicht. Oh shit, aber der sucht sich ja trotzdem einen raus, oder? Ju, du bist so süß. Oh, hier flackert's, hier ist es richtig. Ich habe einfach nur Angst zu sterben. Wie, wie ihr zwei hier einfach aufeinander hockt. Ich sehe es nicht, ich bin gerade in einer... Ich bin irgendwo drin, in einer anderen Menschen. Wer ist... Wo bin ich gerade drin? Also, wir dürfen auch nicht reden, weil der Geist kommt seit neuestem auch oft durch verschlossene Türen. Das hatte ich jetzt schon dreimal. Ach, der ist doch mal hier. Okay, wollen wir einfach nichts sagen, aber trotzdem irgendwie so ein Dreier hier? Das ist mir zu viel Mann und zu wenig Frau hier, sorry. Okay, warte. Genieß es einfach, Kaya. Obwohl, ich glaube, ich mache den Männerwärter noch höher, wenn ich jetzt... Lass es zu, Kaya, lass es einfach zu, wie oben. Let it go, let it be, let it be, let it be. Ich habe schon einen perfekten Titel für YouTube-Fan, die Tür ist gerade aufgegangen. Die Tür geht auf, die Tür geht auf. Hä? Oh mein Gott. Die Tür ging auf. Hast du die aufgemacht? Oh mein Gott. Oh shit. Wie mutig ist Gnu? Warum geht der einfach raus? Bist du hier? Ja. Es wäre tot? Oh, er hat gerade gesprochen, er ist hier. Oh, der ist genau hinter dir. Also ich habe ihn direkt hier spawnen gesehen, direkt hier. Oh mein Gott, der ist genau hier. Boah, ich gehe in die Ecke, Alter. Ich bin größer, Schreck, hat schlägt mich hier einfach her. Ich habe Angst. Leg mal kurz das Buch hin. Ich habe ein Buch. Ich kann mich hinkucken an Schaltern und Türen. Ja, ja, leg mal alles hin. Ich gucke mal hier nach Gerätschaften. Was machst du denn da, Kai? Ich lege die Kamera hin. Sieeees. Ich sehe es schon wieder, ich werde alleine gelassen. Das ist nicht gut. Du hast das Gefühl, dass dieses Metallstück dazwischen ist, oder? Glaubst du, dass du nicht irgendwie so eine imaginäre, dunkle, also durchschnittliche Platte, also durchschnittliche Platte drauf hast? Ich habe die Kamera aufgehoben. Ja, die habe ich da. Nee, hast recht, lass sie lieber. Hier ist die Kamera. Oh mein Gott. Ja, der Gangs verlässt den. Da ist er, da ist er. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Er läuft da oben. Er läuft gegen die Wagen. Lauf, 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 lauf. Der Kante kommt. Oh, ich höre was. Oh, ist er hinter mir? Lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Ist er, warum ist er hinter mir? Er ist straight hinter dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum ist er hinter mir? Warum ist er hinter mir? Immer bin ich es. Immer sterbe ich. Er fühlt dich. Weil ich ja wenig Geld habe, ne? Doch, 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 lauf, lauf, lauf. Nein, da ist nicht mehr da. Rein hier, rein. Doch, alles verkannt. Hör die Tür auf. Oh, hier in die Ecke. Schnell. Hä, der war da gar nicht mehr. Doch, Mann. Der wird nicht mehr durchsichtig. Du hast mich verarscht, ne? War ein Prank, oder? Nein, 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 klippt es, klippt es, klippt es. Der wird nach einer Zeit, wenn du, wir haben den gesehen, nach einer Zeit wird er durchsichtig läuft hinterher. Klippt es. Ernsthaft jetzt? Ja, manche Geister, nicht alle. Manche Geister kannst du nur in den ersten drei Sekunden fotografieren und dann nicht mehr. Ist das dann wieder hier? Boah, es flackert auf jeden Fall alles hier. Was war denn das für eine Scheiße? Hä, was war das? Hä, wirfst du hier gerade Sachen? Nein. Nee. Nee, jetzt mal ohne Witz, hat hier gerade irgendwer was geworfen? Nee, ich glaube, es ist einfach nur Schlepp. Ja, aber es fliegen sehen. Nee, das war kein Schatten, glaube ich. Das war ein Geister raus. Ich check' gar nichts mehr. Nee, die fliegen nicht. Hey, ich check, egal. Okay, ähm, yo, er ist unten. Checken wir mal EMF und nochmal ein bisschen hier Sachen. Der hat bestimmt irgendwas angefasst, der Alte. Hat einer gesehen, äh, Polterscheißt. Soll ich irgendwann, äh, ein Foto machen oder sowas? Der, 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 der kommt, der kommt. Zurück, 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 zurück. Zurück, 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 zurück. Wie mache ich ein Foto überhaupt mit dieser Kamera? Ich check's nicht. Leert das? Nee. Nein, ich kann ja. Ja, ich bin hier. Du bist schlau, du bist einfach schon hier geblieben. Der ist aber geblieben, oder? Ich dachte, alleine habe ich eine bessere Überlebenssordnung. Aber hinten auch mal am Sicherungskasten im Eck. Ach komm, Kack, bleiben Sie hier. Einfach im Sicherungskasten. Ach, ist ne Videokamera? Was kann ich mit der Kamera machen? Nichts? Kann sie Kabel löten? Fotos. Nee, ich glaub nur Video. Ach so, damit kannst du eigentlich Geisterorbs filmen, aber die brauchen wir jetzt noch nicht. Was tun wir denn was an? Weil Corona. Oh, es flackert hier die ganze Zeit. Max, kann ich mal kurz die Fingerabdrücke haben? Du kannst alles haben. Guck ich nämlich gleich unten nach Finger abdrücken. Äh, mag einer von euch mal wissen? Ja, er hört gar nicht mehr auf, der Typ, ey. Okay, kann losgehen. Aber... Steht die denn noch, die Kamera, oder ist die... Manchmal nimmt der Geist die mit. Ich hab die Kamera mit. Also doch Imposter. Phantom kann man nur einmal fotografieren. Herrlich. Ja, ich sammle alles auf, was ihr hinlegt. Du hast die wirklich mitgebracht. Du wirst ein Kleptomane. Rieche... Phasmophobier-Kleptomane. Ich leg die jetzt hier hin, ja? Oh, Fingerabdrücke, wir haben Fingerabdrücke. Wir haben Fingerabdrücke. Aha. Das kann man doch schon mal eintragen, in... Fingerabdrücke und Geisterbox haben wir bis jetzt. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, er handelt. Oh mein Gott, Leute. Oh nein, schnell zu Gnu. Bitte isst Gnu. Holy shit. Lass die Tür auf, 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 lass die Tür auf. Oh, lass die Tür auf ihn. Holy shit, er ist durchgelaufen. Wir sind nur zu dritt, oder? Der Kaya ist hoch. Ey, ich glaube, der ist ja gerade draußen rumgelaufen. Ja. Ey, der hat dich... Kaya? Der ist durch, nicht durchgelaufen. Nicht machen, nicht machen, nicht machen. Das lockt ihr nur an. Komm mal weg von der Wand, Juh. Der kann auch durch die Wand flitschen. Komm ein bisschen her. Nicht machen. Ey, wo ist eigentlich Kaya? Der kann alleine draußen rum. Ich glaube, der ist tot, oder? Ja, ich kann sie fotografieren. Alleine? Oh, oh. Ich bin nicht derjenige, der stirbt. Die Story geht anders aus diesmal. Oh, süß. Wart ab. Hä, warum ist alles süß? Kannst du ein Foto machen, Max? Ja, ich mach ein Foto. Wo, wo, was? Hier, auf der Tür, der Fingerabdruck. Hä, du leuchtest gar nicht auf die Tür. Doch. Da oben, oder was? Hier. Hä, ich seh da keine Fingerabdrücke. Warte, ich fotografiere. Da sind keine Fingerabdrücke, stimmt. Äh, äh. Ich seh da keine Fingerabdrücke. Da, hier. Da ist ein Handabdruck. Da ist ein Handabdruck. Hä? Da seh ich auch einen. Ach, da. Ja, jetzt. Ich seh immer noch nichts. Ich dachte, ohne Sanity. Haia, komm, reiß. Ich glaub, der ist tot, oder? Ha. Der hat ein Haia. Ja, komm, wir gehen raus. Wir sind schon weggefahren. Tschüss. Wir sind noch alle da. Und wer hat die denn hier liegen lassen? Die brauchen wir nicht mehr. Die hat schon funktioniert. Das passt. Die hat schon funktioniert. Deswegen komm schnell raus. Zum Schnee. Küm, Küm. Macht Kaya jetzt, macht Kaya jetzt da drin die Überprüfung? Während Sanity einfach gleich null? Oh, er handelt. Oh nein, Kaya. Kaya. Wir checken mal Kaya Sanity. Kaya. Kaya, überlebe. Hat Kaya eine neue Helmbox? Oh, wir sind ja tot. Wir sind alle auf null. Weiß ich gar nicht. Wir sind ja tot. Warte mal, das ist scheiße. Komm, könnte ich mir einmal hier. Kaya ist so tot. Dann könnte ich seine Sanity-Pillen haben, oder? Wie ist das? Ich würde sagen, nimm die einfach mal für alle Fälle. Ich nehme die einfach mal mit. Ja, ist die. Scheiß drauf. Alles gut. Das hier brauche ich auch nicht. Das klingt sehr dramatisch. Kaya, 3%. Kaya lebt noch. Was habe ich denn hier in der Hand? Was ist denn das? Was kann ich denn damit machen? Das ist ein iPhone. Das ist ein iPhone? Das neue? Das ist jetzt auch Schleichwerbung, was du machst. Ah, nee, warte mal. Das ist gar nichts. Das ist Bewegungssensor. Von der Seite sieht es aus wie ein iPhone. Kann man das auch werfen? Ja, das ist ein Bewegungssensor. Der ist super. Den kannst du irgendwo ranklatschen. Dann nehme ich den mal mit. Ähm. Wie mache ich nochmal Sachen dran irgendwo? Wie, was ist das? Mit F. Mit F. Aber hier brauchen wir den nicht im Wagen. Ja, hier kommt der glaube ich nicht hin. Wir brauchen noch Räucherstäbchen und Kruzifix. Ich bin da, alles. Kruzifix liegt auf dem Boden. Wuhu. Ja, nimm mal ein Kruzifix mit. Und Räucherstäbchen und Zahn. Zahnpasta, genau. Oh, okay, wir müssen Kaya retten. Wir sind die einzigen Überlebenden, glaube ich. Nimm mal noch Räucherstäbchen mit. Jetzt hast du Feuerzeug, oder? Ja. Ja, perfekt, okay. Kann losgehen. Jetzt sind die jetzt beide da drin. Oh nein. Guck mal, da blinkt irgendwas. Ein Fenster. Ah, ich hab's nur noch eingebildet. Oh, das war ein Greifelfehler. Ihr habt überlebt, oder? Wo seid ihr? Check, check, eins, zwei, eins, zwei. Ja, wir haben überlebt. Alles gut. Äh, wir haben alle Sanity Pillen gegessen, sorry. Klu? Echt jetzt? Keiner sagt, nein. Keiner kloppt die Antworten. Also Gefrierbrand, äh, sorry, seid ihr hier. Gefrierbrand wird zumindest nicht der Fall sein, weil ich hab nichts gefunden. Ich glaub, das ist nicht. Es kann nur sein Spirit, Gespenst oder Poltergeist. Spirit, Poltergeist. Okay. Spirit ist Buch, Gefriertemperatur oder Orb. Äh, ihr könnt mal Orbs checken. Ich hab, äh, ich hab die Räucherstäbchen in der Hand. Das ist gut, lass die. Also kann auch Geisterbuch sein, Geisterorbs oder Gefrierbrand. Genau, genau, genau. Aber Gefrierbrand hab ich nichts gefunden die ganze Zeit. Ich denk mal, es ist ein Orbs oder Buch. Also ich guck jetzt mal in die Kamera. Aber ich find nix. Ja, mach dir mal. Hey, welche Ego-Sau von euch hat zwei Sanity-Pillen gefressen? Was? Das war ich. Das war ich. Das war ich aber auch. Das war aber aus Angst. Alter, Julian! Ja, ich, ich geh da nicht mal rein. Ich hab gerade versucht, dich zu decken. Wir sind ja nicht mehr ein Schrogeres, Mann. Verdammt, nee, das war ich gar nicht. Ich hab die aber auch genommen. Und Ju hat nicht mal ne Kopfkamera an. Das heißt, ich kann die nicht mal reinschicken. Aber dafür hab ich 33% Sanity. Ihr 82. Sehr gut, ich geh mal rein. Aber hier sind nur noch Pillen irgendwo. Ich geh rein. Ah, nee, doch nicht. Check du mal die Kamera hier draußen. Ich geh mal rein. Genau, und du nimmst Ju mit, weil Ju guckt ins Geisterbuch. Rein mit dir! Was? Geisterbuch? Ja. Was? Was muss ich machen? Okay, ich komm. Rein mit dir! Na los! Ich hab Schiss. Geil. Und die gucken jetzt einfach ganz gechillt durch die Kamera? Ja, die machen jetzt, äh, die machen jetzt TV. Die machen jetzt Phasmo TV. Aber das wird super. Wir haben beide extrem viel Sanity. Da kann eigentlich nichts passieren. Und ich hab immer noch die Räuchte Stäbchen in der Hand. Das ist okay, wir müssen den dann auch, äh, ausräuchern. Warte mal, ich hab' ich gar kein Licht. Hallo, hallo, wir sind da. Oh, da geht die Tür auf. Äh, wollt ihr mal durch die Kamera gucken? Hier ging grad die Tür auf. Oh mein Gott. Scheiße, jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich verloren. Oh, oh, da ist er! Nein, 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 nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Ich hab' ich gerade noch gesessen! Es war doch wieder ich! Es ist immer... Ich hab' kein... Nein, 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 nein! Ich dachte, ich sterbe nicht und dann hab' ich auch noch gecheatet. Hab' alles ja nicht die Pill gegessen und bin trotzdem gestorben. Die Tür war auf einmal zu Was hätte ich machen sollen? Was hätte ich machen sollen? Nein Nein Licht aus hätte ich machen müssen Fuck Buch Du kannst jetzt noch Aufgaben erledigen Du kannst noch deine Taschen zählen Es ist Buch Es ist Buch Okay raus hier raus hier Fremdnis ist Spirit Hier raus hier raus hier raus Also Ju, du drückst jetzt J Drück mal J Und dann gehst du ganz nach hinten zu Beweise Hört ihr mich? Ja Und bei Beweise Da trägst du ein Geist für Buch Die erzählt mir Sachen, die ich schon weiß Weil ich bin ein Pro-Gamer Und dann votest du den Max raus Musst Ju als Geist in den Truck kommen? Oder der kommt automatisch Ich bin schon hier Warte mal Wir müssen ja noch die Sachen machen Warum bin ich denn jetzt eigentlich zurückgekommen? Wir müssen noch Heuchern Die hatte Ju dabei Und wir müssen noch Kruzifixen Aber wir haben nur noch 38, 26, 23, Sanity Ich hab nur noch zwei Ich geh da nicht mehr rein Ich werd sofort gehandelt Sonst ist für Ju auch öde Scheiße Was kann ich sabotieren? Ich kann nix greifen Ich hoffe, ja Okay Lass uns reich werden Jawohl Ich konnte mein Versprechen nicht halten Ey, ich dachte ich bin unsterblich mit so viel Sanity Auf einmal tötet er mich einfach Das Schlimmste war Ich sage noch Wir können nicht sterben Wir haben 84% Sanity In der Sekunde geht's los Und er hutet und tötet Ju Ja, es ist tatsächlich jedes Mal so gewesen Ich hab noch nie dieses Spiel zu Ende gespielt Kein Wunder, dass du nie Geld hast hier für Phasmo Ja, komischerweise bin ich auch seit zwei Jahren Level 5 Was, im Ernst, hast du doch keine Runde gewonnen? Doch, sonst Ja, ich glaub schon Eine halbe vielleicht mal Aber nicht ein Profi Stimmt, das kann sein Also jetzt, Leute, in der Runde Ju muss gewinnen Wenn Ju stirbt, sind wir alle tot Ach nein, nee, nee Das ist die Julian Challenge Wenn Julian stirbt Ja, der Chinese stirbt immer als erstes Ist okay Ich dachte, die Halbtürke mit der Türke Aber irgendwie Also Wir machen jetzt eine True Challenge Müssen wir gleich Kaya erklären Und ihr könnt schon mal gerne alles hinzufügen, was ihr habt Auch du, Max Ich spiele das Boss Ich schmeiß gerade schon alles rein Okay, sehr gut Oh, das war knapp Okay, ich habe alles rein, was ich konnte Mehr geht nicht Ich will je sterben Ach, das geht Der hat jetzt gezählt Mega-Fak hier Der Arme Der Arme So, was soll ich denn hinzufügen Ich könnte EMF-Reader hinzufügen Fotoapparaten Ich glaube, ihr könnt auch mal was kaufen, oder? Ist ja alles voll Ihr habt alles voll Ja Ja, ich habe ziemlich viel hinzugefügt Warte, ich mache jetzt Thermometer rein Die Challenge, ja? Julian darf nicht sterben Cool Okay Unser Geist heißt Linda Moore Ach, die Linda Michael Moore und Linda Moore Und Er ist nicht schüchtern Sollen wir uns aufteilen? Du geht alleine Ja, ich würde ein paar Sanity Pillen mitnehmen Und die auf ihn werfen dann Aber Was kann ich cooles mitnehmen? Oh, Gnu Ich habe gehört, du bist immer saftig Du bist immer saftig, Gnu Warum nicht? Ich möchte, weil du saftig Weil ich bin trocken Ich bin jetzt ein trockenes Gnu Das hört sich echt an Alte, achtjährige Schwule jetzt mittlerweile Du bist in trocken Du warst jung und saftig Macht jetzt jeder was anderes? Es wurde die Pflaume gebissen Sie ist nicht mehr frisch Oh Gott Alle meine Kopfkamera nehmen, bitte Warte Leute, was soll ich noch mit Ich habe Thermometer Soll ich noch was mitnehmen? Teilen wir uns auf, oder what is going on? Ja, ich gehe alleine am besten Genau Am besten Ich habe Temperatur Was nehme ich mit? Du würdest sagen, Juju geht alleine, oder? Ich würde sagen Juju geht auf jeden Fall alleine Ich muss ja auch mal ein bisschen Mut beweisen Wir brauchen Also ich nehme jetzt auch Gefrier Ja gut, dann habe ich Gefrier Dann kommt einer bei mir mit Wo ist der Asiate? Oh, ich bin hier Hallo Was hast du dabei? Du hattest du die Gimitze Dann, ich brauche kein Thermometer Ich habe Temperatur und Buch Los, jetzt! Okay, nimm was anderes Nimm er Ey, kommt rüber jetzt Lass mich zu lang hier Und ich habe Temperatur Lass uns zu Vielleicht kannst du nehmen mit Piepslicht Fünf Ich nehme EMF Und ich nehme Ich nehme UV Ich komme mir vor, als wäre ich in der öffentlichen Lobby, Mann Jetzt komm Okay Okay, komm Wir können los Ich laufe langsam, langsam Aber nicht so schnell Ich komme nicht hinterher Okay Hey, ihr beiden hört euch einfach identisch an Irgendwann gar nicht wer spricht gerade Ja, da Wir sind gleich Ja, wir brauchen Stimmlager Ich bin die Bruder von meiner Mutter Gnudu auch reden Russisch bitte mit Hutz Ich kann nicht Ich muss die Schmutz machen Babushka, nicht so schnell Nicht so schnell Los, gehen wir Okay, dabei, dabei Es wird reing Jalla Ne, das ist falsch So Jalla Jalla ist russisch Wurde nur kopiert von anderen Okay Ich gehe hoch im Büro Wir müssen uns aufteilen Du komm mit mir Ich komm mit dir Dmitri Okay Und genug Darf ich dein Bein anfassen? Fass mein Bein an Das war immer so geil Fass mein Bein an Du bist hübsch, aber jetzt Fass mein Bein an, Mann Ja, ich bring dich mal zur Schule Ich will nicht, dass du was verpasst Und jetzt fass mein Bein an Das war sehr volli Hätten wir es mal so geschrieben Dann, äh Das war schon perfekt So, Mann Fass mein Bein an So Muss ich Angst haben hier? Nö, ne? Ist alles entspannt Ne Jetzt hab ich gar nichts mehr Ich pass jetzt wirklich auf dich auf, ja? Komm, du kennst unbeholfen Das hast du die letzten 80 Mal aufgesagt Neeee Ich pulse mich hier Du kannst dich wirklich auf mich verlassen Bin wirklich da Ihr müsst leise sein Geht ihr hoch? Geht ihr hoch? Ja, da wir sind Wir sind Linda Jackson, wo bist du? Ich kann auch Schwäbisch schwätzen, wenn ihr wollt Aber das hält mir nicht lang aus Wie hieß die nochmal? Linda? Äh, Linda Moore Linda Moore Linda Moore Nein, also Nein, hör auf Hör auf ist, äh, in der sanften Stimme zu sagen Verdammt Linda Fass mein Bein an Fass mein Bein an Frau Moore Ah, da war was Oder? Was? Ne, doch nicht Das wäre das so ein Fetisch Fass mein Bein an Fass beide meine Beine an Und jetzt das dritte Bist du hier? Gib uns ein Zeichen Ich kann nicht mehr ernsthaft spielen Wir haben die ganzen große kaputt gemacht Und ich höre auch die ganze ganz leise russisch irgendwie im Hintergrund noch Ja, ich auch Max und Kaya Max und Kaya Das neue Liebespaar Okay, also hier ist er auf jeden Fall nicht, glaube ich In der Zelle könnte der sein? Seid ihr in Reaktion? Wir sind in Wir sind in A Ihr müsst mal gucken, ob ein B ist Bitte Ich lebe noch Ja, ja Ist gut, ist gut Das Wichtigste So süß, ey Er lacht sich so tot Bitte, ich möchte alle zwei Sekunden update Wisst ihr, warum man merkt, dass Kaya eigentlich voll der gute Komödiant ist? Ein Entertainer Er ist nämlich auch einfach im Privat mega lustig Das stimmt Er verstellt sich nicht Er verstellt sich nicht, der kleine Racker Lass jetzt mein Bein an, Ju So Stell mir das halt echt so geil vor Jetzt ist der Moment, hier ist eine Matratze Da leg ich mich jetzt hin, dann fass du mein Bein an Okay Okay, ich fass mein Bein an, los geht's Schnell, bevor die anderen kommen Setz dich hin Rein an die Haut So, ich leg mich mal hin Okay, ich berühr's mit meinem Thermometer, okay? Oh ja, oh ja Er bangt ihr mich hier einfach Ju, ich hab noch was geiles Guck mal kurz Ah, nee, das mach ich nachher im Van, okay? Das hab ich von Maluna, das war sehr lustig Das muss ich nachher noch im Van machen, okay? Aha, okay Dann, äh, später Bis später im Van, dann Im Van Van Das, was hier stattgefunden hat, das werden wir nie nach außen tragen Das darf niemand erfahren Hey Was werden wir nicht erfahren? Ey, ihr sollt doch zufrieden gehen, Mensch Ich habe alles gehört Was werden wir nicht erfahren? Ich habe Ohren wie Lux Ich zeig euch, was ihr nicht erfahren werdet In 3, 2, 1 What the fuck? Das war so schön Kannst du nochmal machen? Ich habe nicht gesehen, kannst du nochmal? Ich glaube, die ist besessen Tötet sie, tötet sie Tötet sie Tötet es, bevor es Eier legt Wir müssen sie am Leben halten Okay Wir gehen jetzt mal zu B Okay Ich will in den Duschen Danke übrigens einmal Luna für diesen Insider So, wir gehen jetzt zu B Ey, wir müssen das einmal alle machen Für Maluna Zu dritt Okay, macht mal bitte Und du filmst das Wie geht denn das? So? Ist das richtig? Ja, wir müssen schon auf den Tisch hauen, bitte Wie auf den Tisch Nein, du musst echt mit dem Kopf gegen die Wand Ach so Aber ein bisschen weiter weg, wenn es geht So? Oh, machen wir das jetzt im Chor, wie die Hühner? Klippt das hier, Mann? Ich will das selber sehen Ich will selber sehen, was wir hier krasses produzieren, ey A Cappella-Gruppe hier Ist das blöd Ihr müsst doch mit der Hand auf den Tisch schlagen, Leute Ey, jetzt sind wir irgendwie Das klingt so als ob irgendwerb Ich muss das auch mal klippen Boah, Alter, Max am Übertreiben Könnt ihr drei euch nebeneinander stellen, das wäre echt nice Ah, geil Herrlich Okay Okay, lasst uns jetzt zu B Stehen wir jetzt nebeneinander? Oh Wo ist hier was? Hier ist was irgendwo Irgendwo ist hier was? Echt? Ich hör was What the fuck? Wo ist der? Da, hier ist Fakine Ich hab dir gebt Du, vielen, vielen Dank Oh, sorry noch mal vor Schieche! Äh, ist da! Ist da! Was? Ihr verarscht mich! Ich habe sogar meinen rutschen Akzent verloren, kurz Ich hab auch gerade was gehört Ich hab was gehört Und ich habe Angst Frau mit Horn, komm rein Ich hab gesehen, hier wo Frau steht mit Frau Sicheln Im Ernst oder verarscht ihr mich? Ist wirklich echt Ist nicht scheiße Oh ja, tatsächlich Ich habe auf jeden Fall etwas gehört Also, bin ich der Einzige, der was gehört hat? Ich habe Angst Ich verstecke mich in diesem Mülleimer hier Nee Nee Immer wenn du anfängst, ich muss auch mitgereden Ich gehe raus Ich muss mich opfern Ich bin Opferlamm Ritual, Ritual muss weitergeführt werden Ich hab die, ich hab die wirklich hier drin gesehen Kein Scheiß Ich war hier drin Ja, ich bleib auch hier Manitschka war hier drin Und jetzt fasst alle mein Bein an Aber hier sind 15 Grad Oh hier, waren die in der Cafeteria, Leute? Oh, Minus Grad, Minus Grad Ah, der war grad Minus Oh, Minus 8, Minus 8 Hä? Minus 9 Hier, Minus 11 Hier, hier, hier in dem Raum Hier, Minus 10, hier ist drin Hier ist es Minus 10 Ah, ah, Fingerabdruck, Fingerabdruck Fingerabdruck Wo ist es? Wo ist es? Oha Ich bin Sherlock Sherlock Und immer noch am Leben Ich habe, ich habe Buch gelegt Okay, wir haben kalt Ist wie damals in kalt Gefriertemperatur Und Fingerabdruck Ja Es kann sein Gespenst oder Mensch Oh, 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 oh! Scheiße, Lauf! Oh, wo seid ihr? Oh Gott, er ist hinter uns, er ist hinter uns. Sie muss zu machen. Ich bin tot, ich bin tot. Du bist tot? Ich bin tot, ich bin tot. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Fick mein Leben. Ah, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh oh. Ich werde sterben! Pssst, du darfst doch nicht. Nein! Musst du nicht leise sein? Bist du hier? Lass Ju leben, egal was ist, lass Ju leben. Nimm nur bitte ein Ball von mir, aber nicht mein Leben komplett. Ju, gib mir ein Zeichen, bist du da? Ah, nein, nein, nein! Hahahaha! Direkt auf dich zu, ich pisse mich weg. Komm, der hatte nicht. Komm da raus aus der Ecke. Aber hast du gesehen? War genau vor mir. Ja, ich habe es gesehen. Warum lachst du denn? Hast du nicht Angst? Woah, es geht schon wieder los! Doch, 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 es geht schon wieder los! Fuck, 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 fuck. Geister finden Bibliotheken auf dem Scheiße, oder? Ich, ich, ich bin mit... Hier, hier ist ein Knochen, hier ist ein Knochen! Nimm den Knochen und iss ihn! Was ist denn hier? Was ist denn hier so hart rum? Ich, ich schmeiß mich vor dich, Ju, falls sie kommt. Ah, nein! Hör auf, Mann! Ach so, das was du... Hans! Nein! Ich hab das überhaupt nicht! Ich hab nicht mal ein Soundboard! Ich mach alles selber! Ach so. Ah! Alter, bin ich erschrocken. Was ist los mit dir? Ich habe manchmal bisschen Schizophrenie. Jetzt wieder Russen. Ich hab manchmal viele Menschen in mir. Du bist doch kein Russe! Ich bin doch... Ich bin manchmal Russe, manchmal bin ich auch nicht Russe mehr. Oh! Hier ist Knochen! Hier ist ein Knochen! Hier... Hier ist Knochen! Ist genauso groß wie du bist Knochen! Oh, ich hab Knochen genommen! Ich hab den Knochen genommen! Was mach ich mit Knochen? Wir hätten noch gemacht Foto, aber ist okay! Ja, der Geist hat mich tatsächlich bis nach A gehuntet und hat gerade kurz bevor ich gestorben wäre aufgehört. Also ich glaub, der ist mir zwei Minuten hinterher gerannt. Aber schön, dass ihr fragt, ob es mir gut ist. Mir geht's auch gut, by the way. Nur so zur Info. Voll! Ja, genau! Das war spannend! Wer ist denn Noah? Kaya ist toll! Der Rest ist Schmutz! Wer ist Noah? Geist, gib uns ein Zeichen! Ah, hört! Okay, lang! Schmerzen zu machen! Geisterbox! Raus hier! Ja! Okay, raus hier! Geisterbox, das ist... Haben wir dritten Beweis? Hier lang, ne? Ne, hier lang! Nein, nein, nein! Ich bin nicht am Zaun! Im Zaun wahrscheinlich! Ja komm! Was? Hier müsst ihr raus! Hier! Hier! Haben wir dritten Beweis oder was? Hier! Hier! Sicher! Ja, äh... Trost! Wie? Ja, wir haben dritten Beweis! Sorry! Was ist dritter Beweis? Haltet ihr extra die Tür ab? Fingerabdrücke, ja? Linda Moore! Linda Moore! Nein! Ist... Die Tür ist auch zu hier! Dschu, Dschu! Dreh dich um! Dreh dich um! Komm her! Komm her! Komm her! Schnell! Komm her! Dschu, bitte! Komm schnell her! Ich komm! Pink und Dschu! War das Ding hinter mir oder was? Ja, das ist vor... Das hätte er dir jetzt gerade entgegen gelaufen, deswegen... Du hättest... Es war jetzt wirklich sehr knapp! Was hatten wir noch? Geisterbox, ne? Warum bewegt sich der Schatten so komisch? Es ist ein, äh... Gespenst! Oh, Gespenster können durch... Gespenster können durch... Gespenster können durch Türen ruhig sein! Warte, warum gehen wir denn raus? Warum gehen wir eigentlich raus, lol? Was machst du denn die Tür auf und ich geh einfach raus? Ich dröckel! Du machst die Tür auf und ich geh einfach straight raus! Ja, die gibt zwei Turtel-Täubchen, ne? Die sterben. Oder ich sterbe wieder. Und, äh... Ich weiß... Ich weiß... Es ist ein Gespenst und es kommt auch durch Türen, gell? Ich sag's ja nur in zwei Jahren... Ach... Das Flakern hat aufgehört? Es heißt... Es roundet nicht mehr. Raus, 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 raus! 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 Raus, raus! Raus, raus! Raus! Raus, raus! Wir haben's geschafft! Wir schaffen's halt wirklich, ne? Oh mein Gott, ey! Alter, wie viel Level steige ich? Alter! 100! 1, wenn du Glück hast! Alle! Oha! 1, wenn du Glück hast! 1, wenn du Glück hast! So, ein schöner Mondkräuter! Wollt ihr noch die optionalen Ziele machen mit 0% Sanity? Ja, Ju, äh, Ju würde ich sagen, macht ihr und wir chillen hier kurz. Und keine Sanity-Kill nehmen, weil wir wollen ja, dass der Geist hantet. Ja, ich würde hier durch die Kamera gucken. Keine Sanity, okay. Ne, weil sonst hantet der Geist nicht. Wir haben die Sachen weg, wirft sich dann weg. Das ist auch eine geile Challenge. Genau, wir brauchen Räucherstäbchen und müssen Foto machen. Räucherstäbchen aber erst, nachdem wir Foto gemacht haben, weil wenn wir jetzt Räucherstäbchen machen, kommt der wieder ewig nicht. Ey Leute, ganz kurz, wir gehen jetzt wirklich rein, ne? Ja, das Tampon erst am Ende anzünden. Einer von euch kann noch, äh, eine Kamera nehmen. Warte, ich hab so mit Räucherstäbchen, hab ich noch nicht so viel am Blut. Also, ich leg das Räucherstäbchen auf den Boden und dann mach ich, äh, mit Taschenfeuerzeug, äh, mach ich an, ne? Ja. Also. Warte, ich zünd's dir an. Oh yeah. Du das Buch eintragen. Aber nee, 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 ich zünd's dir noch nicht an. Ähm, du musst das jetzt nicht anzünden. Das ist betreutes Kertzentragen. Hast du, wer hat denn jetzt das Tampon von euch? Wie, äh, ich hab keine Fotokamera. Achso, ich hab einen Tampon, ja. Achso, du hast das Tampon. Ja, achso, Tampon ist das. Ich wollte das Ding eigentlich noch rauchen. Später. Dann, oder? Nein! Es brennt, es brennt. Danach, oder? Nein, 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 ich lauf rein, ich lauf rein, wie mach ich das aus, wie mach ich das aus? Ich lauf rein, ey, das geht ja einfach an. Ich dachte, das müssen wir auf den Boden legen, dann kann man es anzünden. Ich lauf rein. Oh mein Gott. Nein, das ist ausgegangen, ist ausgegangen. Weg damit. Sag mal, kennt ihr? Ihr seht aus wie ein Kuhkaufen. Könnt ihr euch noch erinnern an Herr der Ringe, der dritte Teil, als sie alle auf der Mauer stehen und denken, kein Urukai und so kommt durch und irgendwann kommt dieser eine Helden-Urukai mit dieser Fackel und versucht diese Bombe anzuzünden, die dann die Mauer zerreißt. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ich bin auf die Porte gespannt. Das hast du auch synchronisiert. Ich war nur der, ich war die Fackel. Die Szene. Ich war die Fackel. Du hast die Fackel. Ich hab nur gemacht, nein, aber genau so sah Ju gerade aus. Rät einfach direkt los mit dem Brenn-Ding. Ach, süß. Ach, scheiße, egal. Ich werf den Geist einfach ab mit diesem verkohlten Ding hier. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du, Geist? Kannst du sagen, wo Räucherstäbchen angemacht werden müssen? Oh, Kopf ist weg. Oh, Kopf ist da. Guter Kopf. Oh, Scheiße. Wir müssen ins Foto machen, gell? Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Okay, ich hab Foto. Oh, oh, es blinkt, es blinkt. Ja, wir müssen aber jetzt vorhin ein Foto machen. Nein, ich bleib hier, wenn es blinkt. Ich geh nicht mehr. Vorsicht, ich, 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 dass du durchschroppst. Ich geh keinen Schritt. Ist er da? Er ist sehr schnell irgendwie. Also er ist eklig schnell. Ich bleib hier, ich bleib hier. Ist da schon einer tot? Ich bleib einfach nur hier. Ist das Arena? Wenn ich nix mache, dann passiert nix, oder? Ist das so? Funktioniert das Spiel so? Warum ist das nicht wieder angekommen? Das klingt alles so gar nicht gut. Ey, das klingt gut. Das ist ganz, ganz blöd, was wir hier gerade tun, ne? Ja, wir müssten uns eigentlich. Das ist richtig dumm, was wir hier gerade tun. Weil er halt um die Ecke kommen könnte, gell? Ja, ja, ich geh jetzt raus. Fürs Team. Einfach fürs Team. Holy Scheiße. Okay, du passt doch nicht. Was? Was schreckst du mich so? Was ist denn für mich? Ich hab doch nicht dich fotografiert. Mann, schock mich doch nicht so. Hä, was hast du? Hast du meinen Arsch fotografiert? Ja, ich wollte den immer schon mal. Nein. Ich hab. Ich weiß es nicht. Aber du hast mir Angst gemacht. Was hast du jetzt fotografiert? Es. Was ist denn das mit Foto, bitte? Ich hab den Flur. Ich hab den Flur, weil ich dachte, er ist dort. Hab ich den größten Arsch der Welt, oder was ist das? Boah, hab ich mich erschrocken. Meine Güte. Steht da Kaya einfach. Meine Güte. Bin ich... Ich... Herzinfarkt. Stehst du da einfach? Ich dachte, du bist drin gewesen. Nee, die ging zu als... Oh, jetzt. Jetzt wird gehuntet. Oh shit. Oh ja. Die kommen nicht mehr rein. Doch. Doch, jetzt. Ah, doch nicht mehr gehuntet. Das ging aber schnell. Das war aber ein kurzer Hunt. Wo sind denn die anderen beiden? Die sind da ganz vorne. Ich hab mich an der Tür die ganze Zeit versteckt. Ich war quasi genau die ganze Zeit vor dir. Ich hab gesehen. Ich hatte den besten Tod. Ich wollte reinkommen, dich fotografieren. Linda Moore. Linda Moore. Warte, ich steh mal hier draußen. Mach... Linda Moore. Ja, wie heißt die? Linda Moore, oder was? Linda Moore. Wir haben ein Foto vom Geist. Ach, echt. Zeig mal her. Super. Will ich sehen. Linda Moore, Linda Moore, Linda Moore. Ich seh kein Foto vom Geist. Ey, ich weiß. Linda Moore. Linda Moore, komm. Linda Moore, komm. Linda Moore, Linda Moore. Komm noch. Ich hab keine Angst. Ey, du. Jetzt Tür zu stellen. Oh Gott, ich bin auch rausgekommen. Nein. Halt ihr zu. Linda Moore, Linda Moore. Linda Moore. Oh mein Gott, ey. Er leidet da drin. Er wird richtig brutal ermordet gerade. Ja. Er wird verhexelt. Hey, ist er tot? Oh ne, ich dachte gerade. Gott. Ihre sind orschliche. Lebst du noch? Wieschen. Wisst ihr, dass wenn ihr so macht, dass der Geist ihn leichter orten kann? Ist voll gemein, oder? Und so alle drücken jetzt so solche Arschlöcher. Alle drücken so richtige Arschlöcher. Er schreit drin einfach nur. Aber so kriegen wir nochmal 10 Dollar für ein Leichenfoto, oder? Wir sind solche Arschlöcher. Ich bin echt kein... Brenn in der Hölle. Oh. Für 10 Dollar. Und, ist er tot? So. Ach, er lebt noch. Ihr Schweine. Ihr seid gut. Linda Moore. Die Hose ist komplett voll. Voll. Alles voll. Ihr steht ja recht. Keine Ahnung, was du gemacht hast, aber... Ihr steht ja recht. Ich hab's... Vor allem, wie Gnu sich noch beschwert. Ihr Schweine, Schweine. Ich denk mir so, ich bin 10 Meter hinter dir. Entspann dich. Ach, herrlich. Habt ihr alles eingetragen? Ja, gespenst. Ich bin fertig mit dem Leben. Wieso gespenst? Ich hab auch alles. Ich hab die Pillen. Ja, es ist ein Spirit. Doch, Spirit. Es ist ein Spirit. Ich hab... Kaya Spirit. Alles gut. Wieso fahren wir denn? Kaya Spirit. Oh, ich wollte das in den Geist noch sehen. Oh, fuck, man. Es war ein Gespenst. Ja, das Spirit eingetragen. Oh, nein. Die Rache ist mein. Oh, der Nico, Alter. Die Rache ist mein. Ja, das war ein Witz. Ich hab das richtig eingetragen. So, fügt ihr alles hinzu? Leute, Leute, Leute. Leute, wir haben einen Grund zu feiern. Ich bin Level 6 jetzt. Du bist Level 6? Level 6. Das ist gut, oder? In diesem Spiel. Ähm, habt ihr alles hinzugefügt? Dann mach ich mal ready. Ja, was haben wir denn hinzu? Haben wir alles hinzu? Oh, shit. Ich weiß es nicht. Also, wir brauchen auf jeden Fall Shampoos. Machen wir hier was für eine Map? Was ist, was machen wir? Oh, diesmal ein Haus. Wir machen jetzt ein kleines Häuschen mal. Zur Abwechslung. Wir spielen mit der Challenge. Die Nancy Davis. Ähm, Open Door Challenge hätt ich Bock. Open Door Challenge? Was heißt das? Jede Tür, die offen ist, bleibt auch offen. Och, nö, das mag ich nicht. Ach so, beim Verstehen. Die Nancy Davis. Ja, jede Tür, die hier wäre offen. Nancy Davis. Und die ist füchtern. Ist die Frau oder Mann? Also, Davis. Füchtern. Nancy ist füchtern. Wenn was, bleiben wir zusammen? Was ist hier los? Wir können nicht anders zusammenbleiben. Ist ja eine ganz kleine Hütte nur, ne? Also, ich habe EMF und ich habe Geisterbox. Was habt ihr? Ich habe das Buch. Ich habe das Buch. Und Fingerabdrücke. Okay. Ja, sehr gut. Ich nehme Videokamera und die Kose Dola hier. Was ist das? Du kannst auch sonst EMF noch nehmen, wo du magst. Boah, hier im Chat ist jemand, der ist die Lerbe 699. Ich habe das Foto in HD. Und ich habe noch eine Starkey Klaschenlampe. Und jemand, dass die Schlüssel... Ach, Schlüssel. Könnt ihr zurückschlüsselung? Nee, ich habe keinen EMF. Ich habe den Schlüssel schon geholt, Bruder. Wir können reingehen. Fingerabdrücke. Hat einer von euch die EMF jetzt dabei? Nee. Nee. Ich habe... Doch. Ah, noch ein Bruder. Hi, Mama. Bist du auch from America here? Ich bin from Texas, Colorado. Oh, Texas. Nice, Mann. Oh, ich mache mal ein Foto. Nicht nehmen. Nicht... Oh, der hantet, der hantet, Leute. Äh. Jetzt schon? Ich habe versucht, ihn zu fotografieren. Oh, scheiße. Nee, der hantet gar nicht. Hä? What the fuck, Alter? Was ist denn los? Aber was ist denn hier los, Mann? Ich verstehe diese deutsche Sprache manchmal noch nicht so ganz gut. Na, ich mache manchmal ein bisschen Fehler. I'm sorry. Oh, Mann. Du bist ein echter Idiot, Mann. Oh, mein Gott, ey. Ich mache mich jetzt alleine auf den Weg. Ich bin mutig geworden, seit ich einmal gewonnen habe. Roland Freyland hat halt wieder einen Hose für den Raid. Gib uns einfach kein Zeichen, Guys. Stirb einfach, Guys. Hörni das, wenn ich die Tür auf und zum... Ist sehr funny heute. Aber nur Comedians hier heute, mit denen ich... Hello. It's me. Nancy Davis. Nancy, du süßes Mann. Nancy Davis. Hallo, von der andere Seite. Where are you from, huh? Hör mal, ich geh nach oben. Oben ist er, glaube ich, nicht. Bist du ein Ender aus, äh, Taxis? Vielleicht oben. Oh, das muss ein Streamer sein. Guck dir, die Riesenbeer. Ey, vielleicht hier runter? Und ich bin wieder allein. Da. Seid ihr alle oben? Oder geh ich jetzt, wenn ich nach oben... Ach so. Seid ihr alle oben? Du bist mein Name... So oft sprichst du meinen Namen richtig aus. Und dann doch wieder 80 Mal falsch. Ja, 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 ja. Was ist das? Was ist das? Ey, ihr macht mir so viel Angst. Was für eine Scheiße. Ihr macht mir so viel Angst mit eurem... Was für eine Scheiße. Es macht aber keinen Sinn beim transparenten Vorhang, oder? Kommt keine Spannung auf. Ich hab auch so Sinn, mein EMF ausgemacht. Mein Kaltgerät. Oh, süß. Ey, hier liegt ne Auto-Build. Auto-Tuner-Mag. Oh mein Gott, die Tür ist zu. Die Tür ist zu, die Tür ist zu. Die haben die Challenge verloren. Oh, das ist V6 oder V8. Huh, I don't know, man. Ich glaub, der Geist ist hier hinten, Leute. Ich glaub, es gibt... Ich folg dir nur. Oh, ja, hier 6 Grad, 6 Grad. Ja, ich check Fingerdrücken. Da, Fingerabdruck. Ich check. 8 Grad. Really? Do we have Fingerabdruck? No, we don't have a Fingerabdruck. Can you make a... here on the... on the doors and I can make a photo? I was, I was very falsch. I'm sorry. Das war das Bild. Das hat sich... No Fingerabdruck, I'm sorry. Ah, no Fingerabdruck, okay. Nein, echt? Oh, süß. Er ist genau hier, wo du grad bist. Ja. Wo? Er ist hier. Er hat auch grad's Licht angemacht, bei der Wei. Ich bin derjenige, der Licht anmacht die ganze Zeit. Bist du hier? Oh, ich hör was. Ach, das ist Rauschen. Oh mein Gott, ich kenn dieses Spiel immer noch nicht, ne? Sollen wir gehen? Sollen wir gehen? Nancy Davis. Nancy Davis. Janet Jackson, where are you? Bist du hier? Oh, ein Schrank. Holy fuck. Leute, das hab ich vermisst. Ein Schrank. Ich komm... Lasst mich rein, lasst mich rein, Alter. Warum? Warum ich draußen? Sorry. Tju. Was war das mit der Open Door Challenge? Stimmt, aber Open Door Challenge. Nein, 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 die ist gerade rausgeküßt. Das können wir nicht bringen. Nein, 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 nein. Das können wir nicht bringen. Die ist gerade rausgeküßt. Gar nicht richtig zu, ne? Die Tür machen noch nicht. Ich mach nur bescheißt. Wenn ich Licht anmache, dann kommt der doch nicht, oder? Oh, ich kann's gar nicht mehr anmachen. Ich weiß es nicht. Nancy Davis. Jedenfalls ist die gerade rausgegangen, deswegen mussten es zu machen. Das wäre mir direkt gestorben. Ja, wir haben verkackt, Mann. Ist jemand tot schon? Nein, Open Door Challenge. Achso, ja. Achso, die habe ich eh schon gar nicht mehr mitgespielt, weil ich so Angst hatte. Misch. Warum macht ihr die Angst? Ihr Open Door Challenge. Okay. Geist, zeige dich. Zeig dich. Wir haben keine Angst. Auch wenn wir alle im Schrank sind. Ich dachte, das wäre der Geist. Oh mein Gott. Bist du hier? Okay. Aber EMF ist nicht... Oh, EMF 4. Ich habe 4. Was? Eure, die krabbelt. Vorgeschrieben. Sie sind eine Krabblerin, Leute. Ey, ich wollte es nur sagen, sie sind eine Krabblerin. Sollen wir gehen. Ich habe nur 4. Ey, ich habe sie krabbeln sehen. Antwortet sie eigentlich auf Kruppen oder auch allein? Nein, nein, sie ist schüchtern. Sie ist sehr schüchtern. Wir müssen gucken, dass wir alleine sind. Ich habe nur 4. Das reicht nicht. Geht mal kurz raus, ich werde mit ihr alleine sprechen. Nancy Davis. Oder sperrt euch in den Schrank rein. Ja, Schrank, Schrank ist reich. Komm, wir gehen in den Schrank, Ryan. Wir machen einen schönen Abend hier. Komm in den Schrank, Baby. Geht mal rein, schnell, schnell, schnell. Geht rein, geht rein. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Sagt mir bitte, wenn sie handelt. Bist du hier? Nancy Davis, Nancy Davis, Nancy Davis, Nancy Davis. Bist du hier? Sollen wir gehen? Bist du schüchtern? Yes. Sollen wir gehen? Ich mach mal ein eigenes Spiel. Bist du ein Geil... Oh Gott. Was? Oh Gott. Bist du ein Geil? Ich dachte gerade, sie kommt. Also, sie antwortet nicht. Vielleicht musst ihr mit ihr reden, weil manchmal antwortet sie auch auf andere nur. Vielleicht mag sie keine Frauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nur mit Texanern spricht. Vielleicht kannst du es mal machen. Genau, Gerber. Ich habe jemand noch 4. Okay. Hallo. Ich gehe wieder hier in meinen Schrank. Ich habe das Buch jetzt mal dahin gelegt. Ja? Ja, sehr gut. Kann ich mir kurz mal deine Fingerabdrückchen geben? Nein, das ist das EMF. Wo soll ich hinleuchten? Ich bin Fingerabdrückmaster. Kommt ihr klar, oder? What is your nose? Genau. Guck mal auf die Lichtschalter, auf die Türen, ob du irgendwelche Fingerabdrücke siehst. Aber im Raum, Ju. Hier. Hier. Guck mal hier auf die Lichtschalterchen. Aber die war doch gar nicht hier drin, oder? Versuch die Knochen zu fotografieren. Ja, ja. Deswegen guck mal alles hier an. Auch die Fenster gerne anschauen. War die denn hier drin? Irgendwas siehst. Ja, ja. Die war hier. Die spawnte hier. Licht flackert hier. Hier hat Licht geflackert. Vielleicht hat sich irgendwas angefasst. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Oh, lol. Wo war das? Ich guck mal Fingerabdrück. Leute, wenn ihr aus dem Raum rausgeht, kann ihr auch gucken, ob es Orbs gibt. Und Licht außen. Okay, warte, ich mach's. No Fingerabrück. No, no. Ah, ich guck. Okay, guck schnell durch meine. Ja, ich guck auch. Du kannst auch nicht meine gucken. Ich stehe im anderen Raum. Äh, lol. Wir haben Orbs, Leute. Wir haben Orbs. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Denk an die No Open Door Policy. Scheiß. Open Door Policy. Ja, Digga. Soll ich mal reden mit der Nancy Davis? Ja. Nancy Davis, komm mal rüber. Geht das? Ja, Nancy Davis Buch. Buch hat geklappt. Buch. Ja, ja, Buch hat geklappt. Siehst du. Das heißt, es kann nur noch Shade oder U-Rei sein. Ah, da war, da stand jemand. Ach, nee, ist einfach nur das Bein vorm Tisch. Warte, es gibt noch Shade und U-Rei. Shade und U-Rei. Mhm. Oder Gefriertemperatur. Ja, okay. Was haben wir jetzt alles? Geister-Op haben wir auch. Im F und Gefriertemperatur, kannst du nur noch sagen. Was haben wir noch, Chat? Was ist bisher? 3-0. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen, Geist. Wir haben alle nur noch 0 Sanity, übrigens. 5, äh, 2, 3. Gib uns, gib uns ein Zeichen, Geist. Bist du da? Komm mal, bitte, in den Schrank rein. Du musst mit ihr alleine reden. Was ist denn das mit mir fehlt? Geist, komm in den Schrank. Komm mal bitte in den Schrank rein. Komm mal in den Schrank, wir müssen reden. Das ist richtig gruselig. Komm mal in den Schrank, wir müssen reden. Schatz, zieh dich aus, wir müssen reden. Gib mir ein Zeichen. Geist. Geist, öffne die Tür. Nancy Davis, mach einen Handstand. Was, es war im F3, im F5? Ne, was war im F5? Nancy Davis. Nancy Davis. Mach keinen Miesen jetzt, Nancy Davis. Wir haben darüber geredet. Nancy, wo bist du? Wir haben darüber geredet, Nancy Davis. Geist, öffne eine Tür. Gib uns ein Zeichen. Nancy Davis, wie alt bist du? 3, 3, 3. Nancy Davis, willst du, dass wir gehen? Nie, nie, nie im Raum aufs Buch schauen. Warum? Was passiert sonst, Surgrider? Ja, aber ich glaube, ich mache noch sehr viele andere gravierende Fehler. Ja, wie immer. Schuhe, ich mache noch mal. Mach eine Tür zu. Ist er oben oder unten? Öffne die Tür. Oben. Geist, gib uns ein Zeichen. Geist, gib mir den Scheiß im F4, äh, 5-F4. Oh Gott! Ich habe nennt Ohr. 4, 4, 4, 4, 4. Es wird kein 5. Die Kriertentratur ist noch nicht, oder? 4, 4, 4. Hä? Sehen die meine Tassen nicht? Es ist eh ein F4 durchgehend, aber nicht 5. Warum sehen die meine Tassen nicht? Die ich werfe? Ja, von euch. Temperatur geht auch nicht unter 0 Grad. Du schmeißt mit ner Tasse. Ah, endlich. Endlich habe ich meine Aufmerksamkeit bekommen. Was kann ich denn noch werfen hier? Wo muss man mich werfen? Ah, oh ne. Warum kannst du mich hören? Ja. Ich kann dich hören. Wo bist du? Ja, es kann nur noch eben F5 und geil, äh, 4. Bottle sein. Ich würde fast sagen, gefriert passiert nicht. Unter 3,0 komme ich nicht. Was habt ihr EMF? Äh, EMF 4 höchstens. Was, wie hier hast du die Temperatur? 3,0 war das niedrigste. Für 3,0 so wie ich damals in der Schule. Gefriertige. Lass uns EMF nehmen, oder? Ja, schnell. Ich bin ganz nah bei euch. Oh, 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 oh. Hä? Was? Kommt der jetzt nochmal? Oh mein Gott. Da ist er. Oh mein Gott. Ich bin tot, ich bin tot. Wo bist du? Ah, scheiße. Wo bist du denn? Ach, scheiße. Oh, tot. Kaya ist tot. Kaya kommt zu mir. Was geht? Ich bin hier hinter dir. Und werf die ganze Zeit ein Handy auf dich. Hab das nicht gesehen. Oh, jetzt hab ich mal. Ich werf die ganze Zeit ein Handy auf dich. Siehst du das nicht? Ja. EMF. Es ist shady. Das heißt, wir gehen raus jetzt, oder? Na gut. Also mindestens sieben Helmkameras, oder so. Wir haben Kaya vergessen. Du hast deine Verkacken, dass du die vierte Foto falsch gelesen. Wie geht deine Diener, Jürgen? Kaya ist doch draußen. Ah. Yes, man. Wir haben Kaya draußen gelassen. Wir sind ohne ihn gefahren. Kaya ist weg jetzt. Oh, was? Ohne Scheiße. Ach, also. Ich bin, ihr seid ohne mich gefahren. Und jetzt hab ich nur 25. Ich hab noch geschrien, aber ihr hört mich nicht. Ich hab das Handy geworfen nach euch. Ach so, weil ich gestorben bin. Und Erfahrung, was habt ihr an Erfahrung bekommen? Weiß ich nicht. Ach so, weil ich gestorben bin. Auch nur 50, ne? Die 25 sind aber, glaub ich, die Krankenhausrechnung. Also macht ihr da keinen Kopf. Was braucht ihr noch so? Kopfkamera? Und Thermo wär noch schon. Richtig, rein donated. Thermometer hab ich reingehauen. Super. Sehr schön. Dann könnt ihr gerne bereit drücken, mein Schnitzel. Und ich muss jetzt einmal kurz Essen bestellen. Ich hab gedrückt B. Okay. Was ist das für eine Challenge? Oh, okay. Ne. Der hat noch länger auf. So haben wir... Only Candle. Only Candle, was heißt das? Ja, Only Candle ist geil. Das siehst du nicht, wenn der Geist huntet. Du darfst alles benutzen, außer der Kerze, heißt das. Haben wir Kerze überhaupt dabei, alle? Kerzen und Feuerzeuge? Ja, wir brauchen noch zwei Kerzen. Warte, ich hol kurz. Ich kaufe noch ein paar Kerzen. Let's do it. Candle light dinner. Ich nehm Candle. Candle light dinner. Candle light dinner. Ich nehm Gefrier und Geisterbox. Bleibt ihr an die ganze Zeit? Geisterbox. Antwortet nur alleine. Das ist toll. Im EMF und Kamera? Ja, sehr gut. Videokamera. Oh, stimmt. Wir dürfen ja gar kein... Ah, stimmt. Scheiße, wir müssen ja Ding mitnehmen. Kerzen. Achso. Ich zünd die euch mal alle an. Ich hab meine schon angemacht. Ich hab meine auch schon angemacht. Also weg mit den starken Taschenlampen, ne? Wir werden so sterben. Ich nehm... Und alle Kopfkameras mitnehmen, bitte. Kameras. Setzen Sie Ihre Kopfkameras auf und lehnen Sie sich zurück. Dankeschön. Let us go. Willkommen on board von Gnu Airlines. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Aufenthalt. Wundern Sie sich nicht, wenn das linke Drehfeld brennt. Das muss so sein. Hab den Schlüssel dabei. Danke. Scheiße. Aber mit Kerzen unterwegs, aber keinen Schlüssel dabei. Vielleicht können wir den Schuh aufbrennen. Ja, genau. Das macht aber wirklich keinen Sinn. Was soll denn das? Ja, das ist ein Schlüssel. Wir brechen doch eh in so ein Random House ein. Was brauchen wir denn? Wir brechen halt immer auch in dasselbe Haus ein, ne? Ja, ja. Was die Bewohner... Oh! MF 5, MF 5. Ernsthaft? Ja. Ach du Scheiße. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das ist doch ernst. MF 5. Das ging echt, ne? Wir sind in den Geister. Ja, dann rennt der doch bestimmt hier auch irgendwo rum. Ja. 13 Grad, 16. Okay, weg. Ist weg. Ich sehe halt gar nichts. Oh ey, mit Candlelight ist er mega schön. MF muss aber nicht in der Nähe sein zwangsläufig. Das ist nur ein magnetisches Feld. Ich hab die Videokamera platziert. Ich guck mal. Okay. Okay. Aber es kann auch wie gesagt... Kann mir einer leuchten? Ich sehe nämlich ja nichts. Wo bist du? Ich sehe nichts. Einen schwarzen Bildschirm habe ich. Ein ganzes Wochenende. Ich leuchte dir hier. Oh. Hier ist nichts. Bye. Okay. Öfter hier. Ja. Das ist mein Auto. Kleine Spritztür. Ah. Zuckerschnute. Fass mein Bein an. Also, weil dort MF 5 war, das kann auch sein, dass es in einem anderen Raum gewesen ist. Es war nur eine Interaktion quasi von hier. Aber hier sind minusen Grade gleich, deswegen... Ne, ne, ist auch 5 Grad. Warte, hier ist 5 Grad. Da, wo du stehst, kannst du die Lampe ausmachen. Okay, danke. Wie hieß der, das Monster eigentlich? Hat jemand den Namen? Hat jemand den Namen? Ich weiß es nicht, leider. Ja, dann... 3 Grad. Bist du hier? Ach du Scheiße. Sollen wir gehen? Ja, kommt, kommt was, kommt was. 2, MF 2. Ne. Geh mal, versteck dich mal kurz hier rein, Ju. Weil ich muss mit dem alleine reden, weil der antwortet nur, wenn man... Ich bin hinter Mülleimer, alles gut. Aber du musst, glaube ich, den Raum wirklich verlassen. Ach so, ja gut. Sag doch, wenn ich hier rausgeworfen werde von zu Hause. Genau, irgendwo hier rein, geh ruhig hier rein. Ich hoffe nicht. Wo rein? Also geh ruhig hier rein, hier, wenn du magst. Genau. Bist du hier? Sollen wir gehen? Aber wenn ihr nochmal das Licht ausschalten, würdest du mehr helfen? Ich fahre das Licht nur kurz, weil ich mir die durch die Geisterbox rede. Ich mach gleich aus. Bist du hier? Minus 1. Sollen wir gehen? Minus 1. Geist, bist du hier? Minus 3. Okay, minus gerade. Geist, sollen wir gehen? Bist du böse? Geist, rede mit mir! Phantom ist Orb oder Fingerabdrücke. Orb oder Fingerabdrücke, Leute. Okay. Ich hab Fingerabdrücke... Also ich mein... Okay, wir haben was? Haben wir Fingerabdrücke? Äh, nee, wir brauchen noch Fingerabdrücke. Und was haben wir schon? Wir haben bis jetzt, ähm, wir haben bis jetzt EMF und Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen. EMF. Und genau hier sind Minus 6 Grad da, wo du stehst. Hier. Genau hier. Hab ich gespürt, ja. Du stehst genau beim Geist. Ich bin der Geist, hallo. Geist, erscheine. Geist, nerv nicht. Hier, Fingerabdrücke, wir haben Fingerabdrücke, Leute. Ja, perfekt. Jawohl. Endgeil. Ja, ist ein Benji. Höchst aggressiver Benji. Habe ich jetzt zu, ne? Ja, stimmt. Fahr ohne uns. Alle haben überlebt. Ja. Das war zu einfach. Das kann nicht sein. Und wir haben auch noch mit Kerze gespielt. Äh, ja. Einmal gehabt, ne? So. Okay, Benji. Wollen wir noch Fotos machen oder sind wir schiss? Nee, wir haben noch genug Sanity. Ich will auch ein Foto machen. Womit? Wir haben genug Sanity. Okay, der Yu darf jetzt fotografieren. Wo ist denn die Kamera? Hier, die, ne? Komm, dann nehmen wir aber auch... Bewegung, Sanity. Kann ich Taschenlampe mitnehmen? Jetzt ist ja die Challenge. Wie löst sich die denn aus, jetzt die Kamera? Also, ich will jetzt nicht auswählen Foto machen. Mit F oder mit Rex blicken? Auf, also du... Auf Rex. Ach, jetzt dürfen wir jetzt mitnehmen oder was? Ne, ich würde trotzdem noch weiter ohne machen, oder? Okay, du hast recht. Okay, dann muss mir nur einer leuchten, weil ich habe auch Kamera dabei. Ja. Ich habe auch Kamera. Leuchte dir. Okay, Leute. I'm ready to shoot some photos. Ja, ich fotoshute. Ich mache aber ein schönes Foto von euch, oder? Dann verarbeiten wir so, dass niemand mehr den Geist auf Instagram erkennt. Wer hat denn da so romantisch die Dinger hingepackt? Die Kerzen? Guck mal bitte. Oh, sie hat mir noch mehr hier Challenge. Hä? Habt ihr die Kerzen angemacht? Ist das neu? Nee. Nee. Dritter Advent, oder was? So, Leute. Habt ihr die angemacht? Nein! Jetzt kann ich... Kein Scheiß. Ich mache ein Foto davon einfach. So, Foto gemacht. Okay. Foto, Geist. So, noch was anderes. Foto, Geist, Ju. Was hast du gemacht? Okay, ich mache mal den Bewegungssensor hier fest. Ah. Oh, der pängt, der. Oh, oh. Oh, Licht. Licht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Random einfach. No look. Okay, wir können gehen. Fuck, wir können nicht gehen. Oh, fuck. Oh, fuck. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Fuck. Egal, komm, wir gehen einfach hoch, schnell. Komm, 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 komm. Oh, nein, er ist hinter mir. Wir gehen nicht hoch. Wir gehen nicht hoch. Nein. Nein, Ju, du kannst den Geist mit Kerze nicht sehen. Wer ist geworden? Aber ich habe ein Foto gemacht von Max, bevor er gestorben ist. Schnell raus. Ah, Ju. Ach, Ju. Ah, Ju, du kannst den Geist mit Kerze nicht handeln. Sehen. Achso. Was wir dir vielleicht sagen sollen. Ja, aber ich habe ein Foto gemacht von Max. Guck, der ist auf der Treppe. Im nächsten Foto ist er nicht mehr auf der Treppe. Direkt Leben genommen. Ich bin weg hier. Wir haben aber nur Tod. Ah, wir haben auch einen Geist. Ja, gut, der ist nackt. Gehen wir. Wie der sich freut, dass er nicht gestorben ist, sondern Max. Ja. Max. Was war das denn? Max. Achso, das ist er. Scheiße, habe ich gar nicht gemerkt. RIP, Max. RIP. Tut mir leid, Max. Du kriegst aber immerhin 25 Dollar. Genau, ich muss nochmal alles ein. Das Spiel macht Spaß. Ich verstehe es langsam. Er ist auf Hörner drin. Komm, wir werfen Sachen zurück, um zu kommunizieren. Bist du hier drin? Nee. Wir bleiben hier und zelebrieren noch Max tot. Okay. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Komm, wir fü- Er schmeißt Zeugs. Ey, ich kann das ja auch schmeißen, das wusste ich gar nicht. Zack. Du kannst gerne noch eine Rede heißen für ihn, wenn du magst. Er ist also hier. Jetzt hat er das wieder. Sollen wir das Geisterbuch nicht hier hinsetzen für Max? Max, schreib hier in das Buch. Max, schreib in das Buch, wenn du uns hören kannst. Ja. Genau. Schreib in das Buch. Das wäre cool. Das wäre echt geil. Das wäre cool, oder? Das wäre cool. Wenn wir mit ihm kommunizieren, dann könnte er wirklich was reinmalen. Sollen wir fahren? Ja. Ja. Geschafft. Das war so geil. Es war einfach, ihr habt den Teller geworfen. Mute dich, mute dich, mute dich. Nein, nein, auf dem Teller war einfach noch die Hand. Und die hing dran. Mute dich im Discord. Mute dich im Discord. Du bist ja laut. Wollt ihr noch eine Hand? Ich bin raus. Ich muss jetzt essen. Das ist geil. Ich gönne mir jetzt was. Kein Problem, wir können noch eine Runde. Ja, gerne. Macht, macht, macht. Viel, viel, viel. Wer ist raus? Ich gehe jetzt ganz theatralisch hier. Insert dramatic music. Mach dir dramatische Musik, Kaya. Du hast doch irgendwas auf dem Sound. Ich komme hier nicht weiter. Okay. So. Das war sehr lustig. Ich bin raus für heute, Freunde. Ich kann nicht mehr. Ich bin voll am Arsch. So. Aber, ey, wenn die noch zocken, dann rate ich auf jeden Fall. Gönn mir jetzt auf jeden Fall eine kleine Pizza oder sowas. Yo, Dicker. Kommst du mit? Ich muss im Filmbewerb. Kein Bock, als der Lamm zerstört. Yo, Dicker. Yo, Dicker. Bombenshit. Bin so alt, um zu jagen. Man wollt mich auch schon begraben. Yo, Dicker. Yo, Dicker. Schreib einem Hit mit. Und keiner ist so liszt.